Der Weg ist Vergebung, der Lehrer ist Jesus und das Resultat ist eine Erfahrung von Sicherheit, Schönheit und Frieden, die zu beschreiben, dir die Worte fehlen. Klick einfach auf den Button Abonnieren und die Glocke neben diesem Button, um sofort über neue Videos informiert zu werden. Ich möchte gerne ein bisschen was aus meiner Historie erzählen und vor allem von den Momenten, in denen es um das Lehren geht oder Seminar- oder Sessionsituationen. Und wie dir schon aufgefallen ist, man kommt in dieser Transformation, in diesem Durchgehen durch die alten Schichten von Trennung immer an die Schicht von Angst. Und da sieht es immer so aus, als würde der andere einem was wollen oder missgünstig sein oder sogar darauf zu warten, einem was anzutun, verbal oder körperlich oder allein mit Gedanken, das Urteil. Und in besonders den Lehrsituationen fällt mir das auf, dass ich in der Schicht von Angst eigentlich nicht wirklich meinen Bruder finden möchte, sondern einen Verbündeten. Aber ein Verbündeter hat immer noch ein Urteil auf mich. Ein Verbündeter kann immer noch im nächsten Augenblick zum Feind werden. Und das, was mich immer wieder dort rausholt, ist zu erinnern, nein, der andere, der, der mit mir in der Session ist, der, der mit mir im Seminar ist oder im Workshop oder der, dem ich gerade begegne, auf der Straße, spielt gar keine Rolle, der will dasselbe wie ich, der ist dasselbe wie ich, lass mich erkennen, dass jeder Frieden in seinem Herzen trägt, die diesen Ort mit mir teilen, jeder, der diesen Ort mit mir teilt, jeder, der die Welt mit mir teilt, jedem wohnt Friede inne. Lass mich das erkennen. Denn sobald ich es nicht erkenne, ist es klar, dass er nicht mein Bruder sein kann. Dann erfahre ich es so, als wäre er bestenfalls ein Verbündeter, der für einen kurzen Augenblick in einen Waffenstillstand mit mir geht, um dann unvorhergesehen wieder zum Feind zu werden. Und das ist nicht, wie Gott es sieht. Das ist nicht, wie Gott uns erschaffen hat. Das ist nicht, was wir füreinander sind. Denn wir sind ebenbürtig. Wir sind ebenbürtig nicht in Waffenstärke, sondern wir sind ebenbürtig in dem, was wir sind. In dem, was wir uns, was wir ineinander sehen können. In dem, was unsere wahre Funktion füreinander ist, uns zu erlösen. Und das ist ein bestimmtes Beispiel auf, sagen wir mal, Session oder Alltag. Aber da unser Denksystem, egal welches Denksystem wir wählen, das Denksystem der Trennung oder das Denksystem des Heiligen Geistes, immer total ist, immer alleinschließend ist, heißt das, sobald ich dich oder irgendwen wirklich als Bruder finde, wirklich offen bin für die Idee, der andere trägt Frieden in seinem Herzen genauso wie ich, ändert sich die Wahrnehmung der gesamten Welt. Dann ist es wirklich der Bruder, der mich erlöst. Dann ist nicht der Bruder, der für diese bestimmte Person sozusagen meine Erlösung ist und der Rest ist noch unerlöst, sondern für diese bestimmte Situation habe ich die Erlösung oder das Wunder für mich akzeptiert und die gesamte Welt reflektiert mir das. Also das ist das, was Jesus meint mit dem Parabel, wenn du betest, dann stell dich nicht an die Straßenecke und mach es wie die Pharisäer oder wie die Schriftgelehrten und bejammere sozusagen deine Hingabe, damit alle dich loben mögen, denn dann hast du Verbündete, dann kriegst du den Lohn der Verbündeten. Aber wenn du wirklich betest, geh in dein stilles Kämmerlein, schließ die Tür ab und komm zu deinem Gott. Und das wird dir offen, du wirst offen belohnt werden. Und das heißt nichts weiter als, bleib ganz bei dir, such nicht für die Reflexion deiner wahren Identität im Außen, sondern geh tatsächlich durch die Schicht von Angst, schließ die Tür ab, lass dich nicht ablenken von irgendwelchen Ideen des Egos, dass da draußen jemand ist, sondern übernehme vollständige Verantwortung dafür, dass du die Dinge so siehst, wie du gewählt hast, sie zu sehen, dass du das erträumt hast und du durch die Ausrichtung, deine gegenwärtige Ausrichtung auf den Bruder oder auf Gott oder auf das Licht oder das gegenwärtige Wunder und Vergebung und die Sühne und so weiter, all die Worte und Hilfeeinrichtungen, die wir verwenden können, du merkst, meine Welt wandelt sich. Ich habe mir selbst vergeben. Ich habe ein Anrecht auf Wunder. Genau dafür. Ich habe ein Anrecht auf Wunder. Und zuallererst, du merkst es schon, zuallererst ist es ein Wandel deiner Wahrnehmung, denn die Bedrohung, wie du sie wahrgenommen hast, wir haben gerade gestern ein Beispiel von Impfung auf Facebook gehabt, dass auf keinen Fall lasse ich mich impfen, aber lass uns einen Moment genauer hinschauen. Wenn da Angst ist oder wenn da eine Sorge ist oder wenn da ein dagegen ist, dann habe ich immer eine Gelegenheit, genauer hinzuschauen und zu erkennen, ja, ich sehe tatsächlich meine eigenen Gedanken. Ich sehe nicht die Gedanken von jemand anderem. Ich sehe nicht die Gedanken der Regierung oder der Pharmakonzerne, sondern Pharmakonzernen. Und was ich damit verbinde, ist mein eigener Gedanke. Ich träume das hier. Also, und da ist dann der Punkt, wo man sagt, ja, ja, okay, gut, 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 Vergebung, schön und gut, aber hier muss ich echt aufpassen, wo man sagt, wo man vermutet, dass Vergebung einen wirklich in der Gefahr bringen könnte. Der Gedanke ist da, wenn ich jetzt diese Gedanken tatsächlich auflösen würde oder auflösen lassen würde oder hinterfragen würde, dann bin ich dann vielleicht so mit Schugge durch die Vergebung, dass mir dann irgendwas angetan will. Lasse ich mich vielleicht impfen und habe einen Impfschaden oder was auch immer. Aber Vergebung wird dich nicht in Gefahr bringen können. Dann wäre es ja eine Tücke. Dann wäre es ja gemein. Es würde dich in Gefahr versetzen. Aber das kann nicht sein, was Gottes Plan ist. Gottes Plan muss sein, okay, lass deine Ideen los. Lass sie ersetzt sein durch die Sicht des Heiligen Geistes und dann wirst du genau wissen, was es für dich zu tun gibt. Und vielleicht gibt es für dich dann gar nichts mehr zu tun. Wer weiß. Es gibt ja mehr als zwei Möglichkeiten, impfen oder nicht impfen. Was sind die anderen Möglichkeiten? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit für dich zu erkennen, dass das gar nicht dein Thema war. Impfen war gar nicht dein Thema. Du hast eigentlich gar kein Problem mit impfen. Oder es bringt dich in die Idee, wow, nee, Moment. Bisher habe ich immer das getan, was der Mainstream sozusagen gemacht hat. Aber jetzt komme ich dadurch in die Gelegenheit, durch die Vergebung in meinem Geist, in meine eigene Größe zu kommen und zu erkennen, nein, so nicht. Ich bin mir ganz klar darüber, ich bin nicht dagegen, aber ich merke, es ist nicht für mich und ich habe eine andere Idee. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine hellere Idee. Nicht eine bessere Idee im Sinne von Hierarchie, aber eine vergebene Idee. Die Idee von Gott ist immer überlegen über die Idee von Wut, Hass, Angst, Sorge, Depression oder klein beigeben. Das wird immer daran aufgelöst. Nicht indem es in einem Krieg oder in einem Konflikt miteinander, diese Ideen im Konflikt miteinander stehen. Licht steht nicht im Konflikt mit Dunkelheit. Dunkelheit zeigt einfach nur auf, dass ich mich falsch entschieden habe. Und das Licht zeigt auf, dass ich mich gegenwärtig erinnere, wer ich in Wahrheit bin. Und bevor wir einsteigen in die Tageslektion, möchte ich mit dir durch zwei Abschnitte aus Kapitel 29 gehen. Abschnitt 1, die gegenwärtige Erinnerung. Das Wunder tut nichts. Das Einzige, was es tut, ist aufzuheben. Und so löscht es die Beeinträchtigung dessen aus, was getan worden ist. Es fügt nicht bei, sondern nimmt nur weg. Und was es wegnimmt, ist seit langem schon vergangen. Doch weil es in Erinnerung behalten wird, scheint es augenblickliche Wirkung zu haben. Diese Welt war schon vor langer Zeit vorbei. Der zentrale Gedanke, den ein Kurs im Wundern lehrt. Diese Welt war schon vor langer Zeit vorbei. Die Gedanken, von denen sie gemacht war, sind nicht mehr in dem Geist, der sie sich ausgedacht hat und eine kleine Weile liebte. Also die Gedanken, die die Welt gemacht haben, sind nicht mehr in dem Geist von demjenigen, der sie sich ausgedacht hat. Das Wunder zeigt nur, dass die Vergangenheit vorüber ist. Und was wahrhaft vorüber ist, hat keine Wirkung. Sich an eine Ursache zu erinnern, kann nur Illusionen ihrer Gegenwart erzeugen, nicht Wirkung. Okay, also das ist das, was wir machen. Wir erinnern uns an eine Ursache, die schon vorbei ist, aber es kann nicht wirklich Wirkung hervorbringen, sondern es ist eine halluzinierte Wirkung. Es ist eine künstlich herbeigezogene Wirkung. Die Vergangenheit ist vorbei und die Brücke, die ich zur Vergangenheit herstelle, ist dann sozusagen mein Wunsch, etwas in Erinnerung zu behalten. Aber eine Erinnerung, und buchstäblich ist es das hier, die Erinnerung ist nicht das, wo wir leben. Wir leben in keiner Erinnerung. Du bist kein Schatten. Du wärst ja dann ein Schatten. Und so fühlen wir uns ja die meiste Zeit auch, wenn wir in dem alten Denksystem sind. Ich komme mir vor wie ein Schatten meiner Selbst. Das ist ein Spruch. Und das ist immer so, wenn ich vergesse, dass ich nicht auf den Körper begrenzt bin. Es ist immer so, wenn ich vergesse, dass ich kein Körper bin. Es ist immer so, wenn ich mich als mit einer Vergangenheit und einer Zukunft sehe und dieser Moment dazu dient, von dem einen ins andere zu kommen. Aber der Moment der Erlösung, die gegenwärtige Erinnerung, die gegenwärtige Erinnerung und die Macht, die darin wieder erinnert wird, die Macht deines Geistes, die Macht des Lichtes, das Wunder, wird darin übersehen. Das Wunder tut nichts. Es tut nur aufheben, es tut nur aufheben, was schon, was getan wurde, aber in Wahrheit schon vorüber ist. Okay. Also noch einen Moment. Also steigen wir ein in Lektion 89. Die folgenden Gedanken sind heute zu wiederholen. Ich habe ein Anrecht auf Wunder. Ich habe ein Anrecht darauf, dass das, was getan wurde und in Erinnerung behalten wurde, für mich aufgehoben werde. Nicht, weil eine wirkliche Substanz aufgehoben wird, sondern weil die Erinnerung an etwas, was nicht mehr ist, ersetzt wird durch die gegenwärtige Erinnerung. Ich habe ein Anrecht auf Wunder und das ist immer eine Reflexion von Liebe und eine Reflexion von Vollständigkeit. Ich habe ein Anrecht auf Wunder, weil ich kein Gesetzen außer den Gesetzen Gottes unterstehe. Und seine Gesetze befreien mich von allem Groll und ersetzen diesen durch Wunder. So möchte ich die Wunder statt des Grolls annehmen, der nichts als eine Illusion ist, die die dahinterliegenden Wunder verbirgt. Jetzt möchte ich nur das annehmen, worauf Gottes Gesetze mir ein Anrecht geben, damit ich es für die Funktion benutze, die er mir gegeben hat. Du könntest folgende Vorschläge für die konkreten Anwendungen dieses Gedankens verwenden. Hinter diesem liegt ein Wunder, auf das ich ein Anrecht habe. Lass mich keinen Groll gegen dich und an den Namen einfügen, hegen, sondern dir das Wunder schenken, das stattdessen dein ist. In Wahrheit bietet mir dies ein Wunder an. Wenn du in Sorge bist, in böser Vorahnung, wenn du beklommen bist, wenn du wütend bist, wenn du gerechtfertigt bist in deiner Sichtweise, in deiner starken Sichtweise, dann sagt dir, in Wahrheit bietet mir dies ein Wunder an, stattdessen wie ich es jetzt sehe. Und ein Wunder ist immer, danke, 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 danke. Lass Wunder allen Groller setzen. Durch diesen Gedanken verbinde ich meinen Willen mit dem des Heiligen Geistes und nehme sie als Eins wahr. Durch diesen Gedanken nehme ich meine Befreiung aus der Hölle an. Durch diesen Gedanken drücke ich meine Bereitwilligkeit aus, all meine Illusionen durch die Wahrheit ersetzen zu lassen, wie es Gottes Plan für mein Heil entspricht. Ich mache keine Ausnahme und nehme keinen Ersatz vor. Ich will den ganzen Himmel und nur den Himmel, wie Gott will, dass ich ihn haben, dass ich ihn haben, wie Gott will, dass ich ihn haben möge. Also haben wir wirklich keine Teilangebote, sondern ein vollständiges Angebot für diesen gegenwärtigen Moment, in dem wir uns als ebenbürtige begegnen und sagen, wow, danke, ich bin froh, dass ich noch einen Moment dranne geblieben bin. Ich bin froh, dass ich noch einen Moment dranne geblieben bin an der Wandlung meines Geistes, damit mir wirklich meine gesamte Konfiguration als Körper Andreas neu aufgezeigt werden kann. Denn es war wirklich nur eine Projektion, ein Traum von einer Figur, die ich mich selbst nannte und sagte, das bin ich mit einer Persönlichkeit, mit einer Historie. Und natürlich sind wir weltlich immer dabei, zu rechtfertigen, wieso wir dieser Körper sein müssen. Aber für diesen Moment, der Heilige Geist braucht nur diesen einen Moment, den wir ihm vollständig geben, benötige ich die Abwehr einer Körperidentität nicht. Ich brauche auch keinen Körper, um zu kommunizieren, denn der Geist ist bereits in vollständiger Kommunikation. Und hier ist es ein Angebot, zu sagen, wow, ich bin hier in einem Moment, den ich nicht greifen kann und auch nicht greifen will und danke dem Heiligen Geist für seine gegenwärtige Führung in meinem Gewahrsein, in meiner Art wahrzunehmen, meinen Groll abzulegen, den man auch Welt nennt und meine Identität als Mensch und zu sehen, dass der reine Geist, der ich wirklich bin, anfängt, sich in meinem Gewahrsein zu reflektieren und mich aufruft und mit einer Macht aufruft, obwohl die Stimme sanfter ist, ist sie mächtig, keine Ausnahme zu machen für diesen Moment und jeden Moment, in dem ich übe, aber bleiben wir beim Jetzt, meinen Geist so vollständig wandeln zu lassen, dass die Welt für diesen Moment aus meinem Gewahrsein verschwindet. Lass Wunder allen Groll ersetzen. Lass mich meinem Bruder begegnen, Lass mich meinen leuchtenden Erlöser begegnen in dem Wunder, dass wir beide sind als der eine, als das eine Wunder, als der eine Sohn Gottes. Und vielleicht ist es dir schon aufgefallen, oft, bevor du einen Fortschritt machst, sieht es aus, als würde es scheitern. Oder bevor sich deine Wahrnehmung öffnen. Also lohnt es sich für einen Augenblick länger, gegenwärtig zu bleiben und zu sagen, wow, okay, es ist intensiv, es ist intensiv und ich habe mich von diesem intensiven Moment immer irgendwie abgelenkt durch Arbeit, durch Kaffee, durch Schokolade, durch Knabberkram, durch Haushalt, durch Geselligkeit, durch Medien oder was auch immer. Aber jetzt stehe ich hier und kann eine Wandlung erlauben, die tiefer in meiner zellulären Struktur stattfindet. Durch das Licht, das ich bin, durch die Akzeptanz, das Wunder tatsächlich durch mein Training, durch meine Erlaubnis ersetzt wird. Und hier ist ein Moment, auf den wir gewartet haben. Hier sehe ich dich im Licht. Hier bist du im Licht. Mit mir. Und jeder ist mit mir im Licht, weil es keine Begrenzung kennt. Jeder ist mit dir im Licht, weil es keine Begrenzung kennt, obwohl die Reflexion in Zeit, die du vielleicht bekommen magst, also so wie sich jemand dir gegenüber verhält, du vielleicht nicht so einschätzt, als wäre derjenige mit dir im Licht. Okay. Ich danke dir für deine Bereitwilligkeit. Ich danke dir für die Erlösung der Welt und diesen Abenteuerausflug in die unausweichliche Erfüllung deiner Funktion in Gottes Heilsplan. Wir sehen uns in diesem Moment.